hello guys und herzlich willkommen auf meinem youtube-kanal hier geht es darum millionär zu werden mehrfacher millionär tut mir leid dass heute kein bild ist weil meine ganzen port sind belegt weil ich so viele sachen aufladen muss gerade deswegen reicht nicht mehr für meine webcam nichts ist dem trotz schauen wir uns mal kurz wird eine aus meiner community irgendwo auf facebook hat mir hier mal vorschlag gegeben ich sollte mich doch mal hier diese costellan videos hier bewerten und beurteilen oder meine meinungen dazu ablassen und dann habe ich hier jemanden gefunden der das bereits gemacht hat und ja es haben wahrscheinlich schon mehrere gemacht und aber diese videos von costellan von costellan die haben es wirklich 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 also da könnte man sich wirklich eine menge mühe sparen wahrscheinlich wenn man sich diese paar videos von costellan von den 90ern reinzieht und eigentlich nichts anderes als wie diese paar videos ja aber sich eine menge zeit sparen was ist denn jetzt schon wieder hier los zu fixen 10.000 mikrofone und klump und zeug ich mache gerade eine vorbereitung für ein geschäftliches video dreht spinnt wieder alles rum also auf jeden fall ich würde euch wirklich vorschlagen mal diese costellan videos ja reinzuziehen und das ist mein vorschlag wort zum vatertag ja und schauen wir uns mal ganz kurz hier das an dann auch dass man auf tipps nicht zu viel geben kann wenn man an der börse spekulieren information ruination ist ganz wahrscheinlich regel nummer eins information ruination ja das bestätigt halt so was von krass die die letzten paar mal videos wie ich gedreht habe einfach dieser ganze summs dieser ja diese finanz pornografie die als wirklich losgetreten wurde in den letzten jahren und irgendwie jetzt auch sein höhepunkt glaube ich erreicht hat oder vielleicht auch nicht erreicht hat aber wirklich zigtausend blogs und und youtube videos und was da kuckuck alles ja jeder lässt irgendwelche meinungen ab zu irgendwelchen aktien und müsste man komplett verwirrt und endest dann ab mit ein aktien portofolio mit 50 verschiedenen aktien da kannst du gar nicht irgendwie ein spartner vom etf machen hast du unterm strich ich garantiere dir mehr oder weniger piehl mal daumen die gleiche performance also und und kannst die ganze zeit für den ganzen soms und gemacher und getue und und geschaut und analysen und hin und her und das ist letztendlich genauso schlimm wie netflix ja nur wenn du netflix irgendwie im griff hast dann schaust dir halt irgendwie eine staffel an und dann ist wieder gut ja aber wenn du natürlich rein aus dann weißt du bewusst entscheidet sich bewusst okay ich mache das jetzt zur entspannung und zur freizeit und zum abschalten und dann gehe ich wieder in die arbeit bin aber hier sagt okay ich mache das hier sozusagen semi professionell sagen wir mal so das ist mehr oder weniger nicht nur mein hobby sondern da geht es um meine grundversorgung um meine altersversorgung um dies und das und jenes was ja super wichtig ist dass man sich da gedanken macht natürlich klar aber ich verbringe dann damit irgendwie fünf stunden am tag und was ich früher leider auch gemacht habe mit diesem ganzen trading scheiß ja irgendwelche trading kanäle halt verfolgt sorry guys schau mal dass du deinen stundenlohn höher bringst ja so in richtung 100 euro und es geht für jeden der was kann kann das auch ja und dann schau mal dass du dann rechne mal zusammen wenn du jeden abend irgendwie im schnitt pro tag drei stunden diese diese diesen diesen irgendwie hier der tipp der neueste tipp daily hier daily dort daily dax daily meine meinung hier der crashkurs der hier der kurs der punk dies das jenes ja sind schon gute sachen auch dabei aber rechne mal zusammen drei stunden am tag 100 euro stundenlohn dann müssen mit 300 euro mal 30 dann bist du halt mit 10.000 euro monat die du nicht verdient hast weil nur da vor dem youtube sitzt ja und da muss das hat mal gegen checken ja wie viel wie viel kohle hast du die du monatlich investieren kannst in die börse und wenn es weniger ist wie 50.000 euro dann wie lieber die zeit zum geldverdienen nutzen ja also aber kurz zu lange videos die hier würde ich dir zumindest mal empfehlen diese zwei und ja das war es mein gott zum sonntag zum zum vatertag und dann bist du bis zum nächsten mal tschüss